Aus und vorbei, der Tannenbaum muss weg. Was gestern noch in voller Pracht die Wohnung zierte, liegt heute ausgetrocknet am Wegesrand. Die Gemeindemitarbeiter kümmern sich um die Entsorgung. Keine Straße wird vergessen. Das ist eine Routinearbeit. Wir führen die Aktionsschule seit einigen Jahren durch. Jedes Jahr, Anfang Januar, an zwei Donnerstagen dann. Wir bitten die Leute immer darum, dass die Bäume frei von Schmuck sind, frei von Ständern, frei von Töpfen und auch von Draht. Weil, wie Sie ja sehen, die Bäume werden nachher gehäckselt. Und für unsere Maschinen ist es natürlich besser, wenn die Bäume so sind, wie sie auch ursprünglich anzutreffen sind. Also nackt, ganz ohne Schmuck und Glitzerzeug. Heute haben die Mitarbeiter Glück. Hier und da finden sich zwar noch ein paar Lamettaspuren, aber die Bäume können doch noch einen Zweck erfüllen. Die Bäume werden jetzt klein gehäckselt. Den Hackschlitz oder das Gehäckselte wird da zuerst in der Box gelegt. Und nachher werden wir die Sachen dann auf Bete verteilen, um eben dem Unkrautwuchs auch ein bisschen Einhalt gebieten zu können. Die Bäume werden eingesammelt und es könnten noch mehr sein. Ich habe ein Künstlerchen schon seit einigen Jahren, weil ich es immer wieder schade finde, dass diese Bäume dann für so kurze Zeit gefällt werden. Die brauchen Jahre, ehe die die Größe erreichen und dann nur für die paar Wochen dann die Wohnzimmer stehen zu haben. Das war uns dann auch ein bisschen zu blöd und darum haben wir entschieden, dann eben ein Künstlerchen zu kaufen. Und mittlerweile hat das sich auch schon sehr bezahlt gemacht. Ich verursache keine Mehrarbeit für meine Kollegen und auch nicht für meine Frau, weil die Sache eben einfach sauber ist, ganz einfach. Ich bin ein Künstlerchen. Ich bin ein Künstlerchen. Ich bin ein Künstlerchen. kur Komm, 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 komm.